Magische Werbung leicht gemacht. Wollen Sie mehr Besucher auf Ihrer Webseite haben? Dann empfehle ich Ihnen dieses Spezialwissen auf psychodynamische Erfolgswerbung. Lesen Sie dieses Buch. Inhalieren Sie es. Wenden Sie es an. Wenn nicht, können Sie sich nämlich noch so sehr mit anderen Klimmzügen abrackern. Man wird sie trotzdem völlig übersehen. Eben, weil Sie versäumen, im Internet und auf Ihren Webseiten die richtigen Werbetexte und Symbole einzusetzen. Reden Sie sich bitte jetzt nicht ein, das habe ich noch nie gemacht. Das kann ich doch gar nicht. Ich sage Ihnen, doch, doch, Sie können. Genauso, wie ich es schon vorgemacht habe. Ich kann ja verstehen, dass sich Ihre Euphorie bei Themen wie Texten und Werbung in Grenzen hält. Fangen Sie dennoch an. Ansonsten und ohne mein Buch würde Ihnen eine Menge Geld entgehen. Bevor Sie jetzt nach einer neuen Ausflucht suchen, bedenken Sie, wie viel Zeit, Geld und Mühen Sie bereits in Ihren Internetseiten investiert haben. Und dennoch erregt Ihre Webpräsenz so wenig Interesse wie die Verfilmung des Bielefelder Telefonbuches. Anders gesagt, Ihre Webtexte sollten eigentlich abgehen wie ein Porsche Turbo. Aber Sie springen einfach nicht an. Kenne ich. Habe ich selbst durchgemacht. Und habe aber immer eins getan. Den sogenannten Internet-Experten stets gut zugehört. Bei denen habe ich mir abgeguckt, wie man im Internet bekannt wird und als Googles Liebling ganz oben steht. Sie allerdings müssen zu keinem Webguru pilgern. Lesen Sie einfach mein Buch. In diesem Spezialwerberatgeber steht nämlich genau drin, wie Sie die richtigen Texte aufsetzen und die besten Kaufauslöser im Bereich der Bild- und Tonsymbole ermitteln. Mit den Kenntnissen wird Werbung mit den richtigen Texten und Sinnbildern für Sie kein Buch mit sieben Siegeln mehr sein. Denn Sie werden schnell sehen. Mit diesen Methoden werden Sie im Internet sehr erfolgreich sein. Sie flehen den Himmel händeringend um die bitter notwendigen Kunden und Interessenten an. Lassen Sie sich nicht verrückt machen, wenn Ihre Internetseite im Moment vor sich hin dümpelt. Machen Sie sich auf, um es mir einfach nach. Denn ich selbst praktiziere die psychodynamische Erfolgswerbung. Jetzt bereits seit fast 14 Jahren. Und das ausgesprochen erfolgreich. Ein Rat vorweg. Natürlich müssen Sie Ihre Web-, Werbe- und Webseitentexte so geschrieben werden, dass beim Kunden Interesse nach mehr Informationen geweckt wird. Nur dann beißt er bei Ihnen an. Durch die richtige Bild- und Tonsymbole können Sie diesen Effekt sogar noch beschleunigen. Aber wie finden Sie die? Die gute Nachricht, tolle Lehrgänge müssen Sie da zuerst nicht buchen. Denn mit meinem erstklassigen Werberatgeber werden Sie auch so schnell wissen, wie Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen im Internet bestens anbieten können, textlich und symbolisch. Wecken Sie den schlafenden Riesen in Ihnen. Fangen Sie an, Ihre Webseite mit den richtig interessanten Texten und Symbolen zu spicken. Innerhalb kürzester Zeit werden über die Besucherströme staunen und begeistert sein, wenn Ihre Kasse so richtig klingelt. Worauf warten Sie eigentlich noch? Starten Sie mit den richtigen Texten und Symbolen für Ihre Werbung durch. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de oder unterhalb von dem YouTube-Video finden Sie den Link zu dieser Seite. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Wir sehen uns.